Die Tricks der Polizei und ein besonders trauriger, weil er zeigt, wie wenig sich die Polizei manchmal um Grundrechte schert. Ja, ich würde jetzt gerne nach Hause gehen, sind wir fertig, oder? Ja, nein, weil wir müssen Ihnen jetzt noch den Tatvorwurf erläutern. Sie können ja schweigen, aber wir werden Sie noch befragen zur Sache. Und dann müssen Sie noch warten, bis die Durchschläge fertig sind, dann können Sie Sicherstellungsprotokoll mitnehmen. Nein, ich habe ja ein Recht darauf, dass ich ein Sicherstellungsprotokoll bekomme. Ich habe ein Recht darauf, dass mir der Tatvorwurf erläutert wird. Und ich habe ein Recht darauf, mich zur Sache zu äußern, aber nicht die Pflicht.